Tolle Leistungen erbringen und es gibt noch viele Ingenieure, die tolle Leistungen erbringen. Aber wer hier einmal Bahn fährt, weiß, was aus diesem Land geworden ist. Und genau das wollen wir eben entsprechend aufarbeiten und aufräumen. Und wir müssen schon auch das Problem adressieren, dass wir im Jahr 250.000 Deutsche verlieren. Die gehen ins Ausland. Von denen kommen zwar ein paar wieder zurück, aber insgesamt müssen wir konstatieren, gut qualifizierte junge Leute gehen. Schlecht qualifizierte, bedürftige, ältere kommen. Und gerade bei den Ausländern kommen die Niedrigqualifizierten und die Nichtqualifizierten, die Gutqualifizierten, kommen doch schon gar nicht mehr nach Deutschland. Der typische Einwanderer nach Deutschland ist nicht der hochqualifizierte indische ITler oder der US-amerikanische Spitzenforscher, der hier irgendwie bei Max-Planck-Institut arbeitet. Der typische Einwanderer, der mittlerweile nach Deutschland kommt, kommt aus Syrien, aus Afghanistan, aus Nordmazedonien und hat absolut nichts, außer vielleicht einem gefälschten Bescheid, dass er irgendeinen Beruf hätte.